Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von GTA. Mein Name ist Dr.Skill. Wir bringen gerade unsere Insektenwagen weg. Und danach holen wir noch das andere Zeug und dann dürften wir auch zeitnah unseren Überfall machen. So, dann geben wir mal ein bisschen Gas hier. War jetzt einfach viel leichter, das ganze Teil so zu klauen wie in der letzten Folge, wo wir echt brutal eins aufs Maul bekommen haben. Also ich glaube, wir müssen nochmal Nahkampf irgendwie ein bisschen höher machen, damit wir mal mehr einstecken können. Weil das war ja ein Schlag, ein Tritt und Ende. So sollte es eigentlich nicht sein. Vor allem nicht als Michael. Also ich meine ja jetzt nur so vom Ding her habe ich glaube mehr erwartet. So als alter Bankräuber und alles, dachte ich, man hält mal vielleicht ein, zwei Schläge mehr aus. Aber vielleicht das Alter, ne? Man weiß es nicht, man weiß es nicht. Alles Ermutung oder nicht. So. Perfekt, dann sind wir gleich da. Dann kann man mal weiter gucken. So, dieses Nervengift oder was auch immer. Na ja, Nervengift ist es ja nicht. Betäubungsmittel, glaube ich, kann man eher dazu sagen. Brauchen wir dann noch. So, hier passt der Wagen super hin. Check. BZ-Gas ist bei H. uns unterwegs. Da haben wir es mal hin. Knockout-Gas, so nennen wir das hier. Äh, Fahrzeug, was einigermaßen unauffällig ist. Ah, die da vorne sind da, die sind geparkt. Dann müssen wir nicht wieder vor der Polizei wegfahren. So. Welchen nehmen wir? Ich wünsche, wenn jemand extra Rückwärts parkt für uns. Wir bedanken uns doch dafür. Hier. So. Easy peasy. Ab geht's. So. Mal, wie wir das jetzt hier machen müssen. 1,45 Kilometer. Das ist quasi ja um die Ecke. Ich glaube, so nördlich waren wir jetzt auch noch nicht. Aber es geht noch viel weiter. Also, wir haben es ja von der Kadamaru-Mann gesehen. Da gibt es noch so viele Punkte weiter nach oben. Das ist jetzt hier nur ein Tropfen auf einen heißen Stein. Das AS markiert die Stelle. Da. Okay. Vielen lieben Dank dir, aber ich werde dir den Wagen nehmen müssen. So. Also, das hat mich gerade irritiert, ist der Wegpunkt. Ach, wir waren noch leicht im Blau. Das klappt eigentlich ganz gut, ne? So, auf eine Nacht, da ist ja nicht so viel Polizei hier los. Lass uns ein bisschen im Verkehr rollen. Oh, da kommt einer entgegen. Da kommt einer entgegen. Oh, Krise. Na, wir werden die Abfahrt nehmen müssen. Da vorne sind die Polizeiautos. Die wenden aber wieder. Hättest du einfach mal fahren lassen, da so. Super, super. Das klappt. Der fährt da gerade runter, dann fahren wir hier runter. Das ist ein richtiges Kartenspiel. Der hat uns doch mit Sicherheit nicht gesehen gehabt. Alter, da kriegt man ja so ein bisschen auch die Krise, ne? Ich glaube... Ich glaube eigentlich nicht. Wir müssen unsere Abfahrt, die wir nehmen wollen. Nein, 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 nein. Der ist nicht... Oh, warum ist denn der hinter uns? Tönliche Meinung war, wir sind besser gefahren. So. Jetzt habe ich es gesagt. Wir sind besser gefahren wie das. So. Dann fahren wir eigentlich schon darüber. Dann sind wir eigentlich gut dabei. Da drunter ist nämlich gleich auch unser Zeug. Hier auf der anderen Straßenseite sein. Dann wird die Polizei verschwinden. Und voila. Links ist nämlich unser Hotel. Oder? Ist das nicht hier? Muss hier aber irgendwo sein. Wo ist hier nicht? Stimmt, absolut. Ah, 500 Meter. Eine Brücke weiter geführt. Ja. Dann haben wir aber auf jeden Fall alles für den Überfall. Boah, hallo. Bremsen und lenken mit dem Teil. Ich sag's, wie es ist. Blüm. Ah, shit. Oh, shit. Fuckin' bitch. Wir hätten wahrscheinlich auch die Türen hinten aufschwinden können, wie sie gesagt haben. Ich dachte mir, wenn wir den ganzen Wellen klauen, ist auch okay. Das war verblüffend einfach. Böse Tropfen von Ruben, das ist ja eklig. Hey, Lest. I got the good night guess. That's everything we need. I'll put out word that the score is ready to go. Gut. Ah, machen wir uns jetzt direkt. Okay. Jetzt, wir wissen jetzt warum wir hier sind. Wir haben eine Stora zu nehmen. Der Plan ist einfach. Elegant. Listen Lester. Begfinde die Informationen, die er dir gibt, und wir werden alle ein paar. Wenn Dinge schlecht gehen, Sie wissen die Drill. Das war nicht organisiert. Wir wissen uns nicht. Wir haben uns in eine Verabschung gearbeitet und in Selbstverflicht. Aber es wird nicht ein Problem sein, denn alles wird gut sein. Der Alarm-System ist leicht. Jetzt, wenn ich es nicht umgehen muss, kann ich es selbst aufstehen. Kein Problem. Aber du solltest uns eine ziemlich gute Fenster bekommen. Wie gut ist, depends auf der Arbeit du machst. Jetzt, als es aufsteht, du Michael signalst. Er machte das Telefon. Wenn Dinge gut sind, sollten wir eine Bedeutung durch den Wind auf dem Rücken. Wenn alle zu essen gehen, keine Probleme. Wir nehmen unsere Zeit. Wenn wir in Probleme gehen, gehen wir schnell und mit Kraft. Any questions? No? Let's go. Frank, du bist mit mir. Paige, du bist in dem Truck mit den Bikes. Eddie, Norm, du hast das Auto. So, jeder hat seine Aufgabe. Ah, nur noch mit Initialen reden. Ist auch nicht schlecht. Oh, Mann. So, das hängt auch gut an. Hm. Weil du benutztest du viel Gas auf diese Leute. Du wirst sie töten. Was? 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 Dann machen wir das ganze doch mal. Den Weg haben wir ja. Entschuldigung, Exterminator! Hey, es gibt niemanden. Das passt uns. Komm, komm auf den Roof! Auf auf, Freund Glenn. Es ist schön, dass wir hier so einen Charakterwechsel hatten, ohne die ganze Dinge wegzumachen. Super cool mäßiger geht besser. So, dann hier hoch. Oh Mann. Weiß nicht, ob wir noch mal alle mit den Parcours üben müssen. Wir haben 5 BZ-Gas. Gute Frage, ist das einfach so? Okay, nochmal ein bisschen runter. Höhe droppen. Oh Mann, das ist jetzt mal so knapp. Oh, ich kann aber draufziehen. Oh, ich kann aber draufziehen. Ich denke, es war... Ich denke, ich habe immer gesagt, dass... ... ich habe ihnen gesagt, dass ich diesen verdammt AC fixiere. Was ist passiert? Oh Mann. Oh Mann. Let's go. Let's do this! Come on! Follow in your lead. Okay. So, die in der Mitte waren besser, oder? Okay. Oh Mann. Sehr gut, 1.20. We have to pay you what we do. With a window like this, we should be able to strip the joint. Come on! 1.20 remaining. This is a classy joint! Sehr gut, 21. Was? Haben die das andere noch? Oh, da ist er da. Gut. Oh. Gut. Die schießen aber auch einfach nur kurz und quer, ne? So. Oh. Sie haben es aufgehoben, oder? So? Oh. Oops. Ich glaube es ist jetzt ganz gut. sehr gut angenehm Ich bin hier, weiter driving. Oh, ich bin mal weg. Das ist gut. Das ist gut. Das ist gut. Das ist so gut. Das ist so gut. Fuck you asshole. Ha ha ha. Der hat gut geklappt hier. Oh man, was noch den eigenen Mann erwischt. Die haben wir aufgehoben. Was dann? Hätten wir einen besseren gehabt, weil der Unfall vielleicht nicht passiert hat. Lester ist rund um die Kälte. Bei der Lockup. Hätten wir einen besseren gehabt, weil der Unfall vielleicht nicht passiert hat. Ich glaube der Entwickler der den Stein hingetan hat hat sich richtig gefreut dass da einzelne Leute gegen fahren werden. Wenn ich sage wie es ist. Ich war einer davon. Oh. Ich würde einfach nur die Kinder nach dem Kälte kommen. Es war ein guter Verkauf. Hier ist die erste von vielen. Oh. Alles klar Leute. Wir müssen uns verbrechen. Sie werden suchen eine Crew. Ich werde deine Kälte aufbauen, wenn die Kälte verkauft. Die Kälte war verrückt, so was jetzt? Wir sind weg von hier. Wir halten unsere Hände. Hey, du bist gut, kid. Was habe ich gesagt, Lester? Ja? Ja. Schau, alle weg. Hey, Franklin. Lester und ich haben ein paar Dinge, die wir uns verbrechen müssen. Ich möchte, dass du nach dem Haus ein bisschen nachher verbrechen kannst. Wir werden uns verbrechen, ok? Ja. Okay. Ja? Ja. Oh Mann. Wir sind zurück in Aktion. Nice, nice. Hat ja ganz gut geklappt. Wir haben keinen Verlust gemacht. Die Beute hat der Franklin aufgehoben. Guter Mann. Jetzt schauen wir mal, wo wir noch hinkommen. Man sieht es schön unten rechts, ein kleiner Laterbildschirm. Ah ja, Robo überfallen. Gut. Check. Ah ja. Das erste, was man natürlich macht, wenn man überfallen wird. Gut. Hat sie Diamanten. Hm. Baby. Ich lasse es. Ich lasse es auf dem Konto. Ah, ok. Ja klar, muss erst noch gewaschen werden. Verständlich. Perfekt. Aber mit Blick auf die Uhr. Ich bedanke mich wieder bei euch fürs Zuschauen. Schaltet auch gerne morgen wieder ein. Schauen wir mal, welche Mission Franklin jetzt zu offen hat. Bis dahin. Ciao, ciao. Ich bin das. Geig, ein Harmon der Cy Sóls parce ...